Hallöchen, heute zucke ich wieder Dragons Aufstieg von Berg. Wie ihr seht habe ich gerade eine Mission abgeschlossen. Das sammeln wir gleich mal ein. So, das haben wir. Zack, zack. Jetzt gucken wir erstmal was das als nächstes geht. Was ist mit Pütz los? Der Heimer, desto schlimmer der Sturm. Er sucht nach einem Versteck vor den Blitzen. Gut, komm, besorgen wir etwas Holz. Du kannst dann etwas zum Unterstellen bauen. 4000 Holz. Na ja, haben wir was zu tun. Den haben wir aufgewertet. Zack, der ist Level 7. Schick, schick, schick. Achso, meine Fischerhütte. Die haben wir auch aufgewertet. Geil. Ah, sieht doch gleich ganz anders aus. Jetzt sammeln wir ein. Mission ist abgeschlossen. Unsere Belohnung haben wir auch. Zack, zack. Cool, cool, cool. Gut, dann schicken wir denen erstmal Fische holen. Zack, zack. Sammeln wir das ein. Gucken wir, was hier los ist. Hier ist der Stolz vom Berg. War nur ein Scherz. Mach doch nicht so ein Gesicht. Haut drauf trägt als Häubling viel Verantwortung. Und als dein Vater. Er liebt dich. Schön. Stolz vom Berg? Äh, wie jetzt? Danke Astrid, du klingst wie er. Sehr attraktiv. Ich weiß, dass er mich liebt, aber er hat eine komische Art es zu zeigen. Cool. Was müssen wir bringen? Ohne Zahlen auf Level 10. Suche 2. Ein flüstern Tod auf Bassem. Gut. Wissen war unsere Mission. Den können wir jetzt eigentlich... Ah, pimpen wir den gleich mal? Ja, den pimpen wir. Zack, zack. Level 8. Cool, cool, cool. Jetzt kann er erstmal ein bisschen Fisch holen. Davon brauchen wir jetzt hier noch. Ah, das Holz wird auch langsam mehr. Coole Sache. Was haben wir sonst noch so? Was geht hier sonst noch so ab? Was kosten das aufwerten? 15 Wikinger. Jut zu wissen. Hier haben wir unseren Hangar. Hier können wir noch welche rein klatschen, wenn wir wollen. Jetzt guck ich erstmal welche Level die sind. Der ist Level 6. Level 8. Level 10. Und Level 8. Gut, also der ist am schwächsten hier. Warum können wir den nicht trainieren? Achso, der muss erstmal zurückkommen. Das machen wir auch. Und dann trainieren wir den erstmal. Zack. So, der holt Fisch. Ruf ich den zurück und lass den Fisch holen. Ach nee, das ist noch gesperrt, oder? Ja, ab Level 10, Alter. Ist das bitter. Na ja, ist egal. Jetzt haben wir einfach mal einen für Fisch, einen für Holz, oder zwei für Holz. Den könnte ich aber zurückrufen und Fisch holen. So machen wir das. Wir brauchen Wikinger. Zack. Alle auf Level 10. Also das ist schwierig. Warte, das ist schwierig. Das dauert eine Weile. So, jetzt sammeln wir das hier ein. Könnt ihr das auch einfach mal hier rüber bewegen. Das machen wir jetzt so. So ist gut. Zack. Jetzt können wir das nämlich auch mal hier rüber bewegen. Yes. Zack. Dann könnten wir hier nämlich noch später ihn hinbauen. Das ist schon mal richtig geil. Können wir auch den eigentlich hier hinbauen. Können wir auch den eigentlich hier hinbauen. So. Jetzt machen wir das frei noch später und dann, achso, können wir gleich machen. 50 Fisch. Ja, das machen wir. Zack. Und zack. Jetzt können wir hier nämlich dann weiterhin ein bisschen was hinklatschen. Baut auf jeden Fall so eng wie möglich. Ist immer gut. Hier, das können wir jetzt noch nicht weg machen. Brauchen wir 20 Wikinger. Hier 45. Hier natürlich dann auch 20. Hier können wir noch ein bisschen was. Aber wir machen jetzt erstmal die 4000 Holz voll. Und dann sehen wir weiter. So. 15 Minuten braucht er noch. Hat da noch ein bisschen was zu tun. So haben wir hier noch was. Jetzt gucken wir uns hier drüben das mal an. Öl können wir erweitern. 400 Klamotten. Alter. Das ist doch krank. 490. Haha. Ich freue mich schon wenn ich hier drüben bin. So ist ja noch ein bisschen Platz. Können wir noch ein bisschen was bebauen später. Ah, das dauert natürlich noch eine Weile. Schade eigentlich. Aber es ist nicht zu ändern. Drachen. Wollen wir den mal suchen. Achso. Der sucht ja noch. Scheiße. 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 Hier könnten wir für 3000 auch das Häuschen erstmal bauen. Ich glaube das mache ich auch. Ja, das machen wir. Ist ja gleich fertig. Zack. Den werten wir auf und lassen wir ihn gleich mal Holz holen. Jo. Der flattert los um Holz zu holen. Sammeln wir ein. Zack. Zack. Ey jetzt fehlen es noch 4 Holz. Da haben wir sie. Gut. Dann werden wir uns das jetzt ausbauen. Zack. Zack. Dauert eine Viertelstunde. Art cool ist wenn wir den ausgebaut haben. Dann kriegen wir da so einen Gronkeln namens keine Ahnung. Der ist irgendwie anders. So. Zack. 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 Also der ist Level 8. Der ist Level 10. Level 10. Das ist schonmal gut. Level 8. Level 7. Jo. So. 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 Hier seht ihr auch verschiedene Wikinger Häuser. Wikinger Kate und Wikinger Schuppen. Wenn wir hier rufen. Hier seht ihr. Hier ist eh ein Wikinger drin. Hier können zwei drin. Als dann später wenn ihr dann. Schon ein bisschen mehr. Wikinger Häuser habt. Dass er Platz spart praktisch. Darauf ist hier auf jeden Fall zu achten. Unsere Holzkiste sieht wie alle. 144. Von Fisch ist es auch nicht ganz so doll übrig. Aber es ist ja scheiß egal. Wir müssen warten. Das ist eben bei dem Spiel so. Aber man kommt Schritt für Schritt voran. Das finde ich eigentlich geil hier dran. Und das macht auf jeden Fall richtig Gaudi. Also ich kann es euch nur empfehlen. Wird bestimmt so ein richtiger Bestseller dieses Spiel. So. Haben wir eigentlich erstmal nichts weiter zu tun außer unser Holz einzusammeln. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen weit weg machen. Aber wir müssen sparen. Wisst ihr ja. Zack. Ah. Ich weiß was ich mache. Ich rufe den einfach mal kurz zurück. Zack. Und dann warten wir den erstmal auf hier. Zack. Und nochmal. Dann haben wir ihn nämlich schon auf Level 9. In Level 9. Und dann sieht es perfekt aus. Den könnten wir jetzt eigentlich gleich zum Training schicken. Das machen wir. Ah. Haben wir hier noch Holz. Na gut. Dann musst du jetzt Holz sammeln. Dumm gelaufen würde ich sagen. So. Unsere Rohstoffe sind süd wie alle. Dann müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen was ansparen. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen wie es weiter geht. Das beende ich jetzt erstmal. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja dann vergesstet abonnieren nicht. Und schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Haut rein. Dann. Dann.